So, herzlich willkommen hier im Potato Club mit einer neuen Runde Here's of the Storm, mit der nagelneuen Map. Grabkammer der Spinnenkönig. Ja, genau. Und an der Seite ist natürlich der Hida. Hallo. Und an meiner Seite natürlich Mephisto. Hallo. Unser Gastgeber für MOBAs aller Art. Ja. Ja. So, okay. Also wir müssen hier quasi Spinnentönen und Juwelen kriegen. Ja, wie war das? Genau, wir können einmal die Spinnen töten, Juwelen kriegen und diese Juwelen sind wie bei den Dublonen. Wenn man stirbt, dann lässt man die fallen. Also die Spinnen sind hier anscheinend mit auf der Lane. Also ich habe gerade welche getötet und da habe ich auch drei Juwelen jetzt gekriegt. Genauso wie mein Gegner auf der Lane. Okay. Und dann kann man die abgeben hier. Aha. Okay. Äh, wo kann man die abgeben? Hier in der Mitte. In der Mitte. Okay. Entweder hier oder hier. Ich benötige Unterstützung. Es ist an mir zu halten. So. Schwopp. Nochmal kurz beim Brunnen. Und jetzt gebe ich mal ab. Also Hiese, Hiese spielt natürlich Nazebu. Genau. Der Nazebu. Ich spiele Illidan. Genau. Und die hier hat sieben. Vielleicht können wir da irgendwas abzwacken. Komm drauf. Wie bist du? Ja, ist knapper Krott am Tod. Ah, geh weg. Ah, okay. War knapp. Schade. Aber auch wenn man die Söldner hier tötet, ne? Ähm, nee. Die spinnen. Hier hinten. Diese Dinger. Ah, ja. Ah. Aber wir wissen ja, alle Illidan frisst am Anfang ziemlich viel. Ja, aber dafür teilt er am Ende umso mehr aus. So, ich hab jetzt fünf Stück. Die gebe ich mal ab. Ja. Und 50 brauchen wir. Ja. Und was dann passiert, wissen wir noch nicht. Dann heißt es, es sollen irgendwelche Spinnen von den Decken runtergelassen werden. Ja. Und so weiter. Und so für. Und so fort. Ah, muss ich ein Intermeldung hier? Genau. So, mich spielt jemand Gitarre. Genau, der ist von uns. Ah, verdammt. Ich gebe mal wieder einen ab. Jo. Was meinst du, kannst du runterkommen hier auf den Zara gleich? Sehr schön. Nice. Jetzt alles einsammeln. Ah, ja. Sehr gut. So, ich hab jetzt, äh... So, ich hab jetzt, äh... Oh, fünf Stück. Ja, haha. Haha. So, ich hab jetzt, äh... Ja. 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 Sehr schön. Da kann man bestimmt bei den Creep Camps, kann man bestimmt, oh. Cool. Dann bekommen, ne? Stimmt, hier gibt's ja auch Söldnerlager. Da gehen wir mal vorbei. Da gucken wir mal. Nehmen wir dieses Söldnerlager... Die sehen ein bisschen fett aus. Aber egal. Vielleicht ein bisschen zu fett für mich. Aber da kommt ja schon Unterstützung. Ja. Uh. Wir sind doch schon da. Ne, hier kommt's noch keine. Ne, gedroppt haben sie nix. Okay. Oh, ich muss, glaub ich, mal hinhalten, weil... Ah. Was? Der Kleiner. Was? Wie, wo, was? Der Feind hat... Der Feind hat die bekommen. Ja, wie denn das? Wie ist das möglich? Ich wurde gefüttert. Aber hier, der macht ja schön. Nee. Ja, ha, ha, ha. Ja, ha, 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 ha. Das ist ja ein Riesenvieh. So, was ist denn? Mule anfordern. Achso, Gebäude reparieren. Okay. Ähm. Nein. Natürlich. Fähigkeit. Aua. 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 Ja, aber man sieht, die Netzweber sind ganz schön fett. Ja. Die machen einiges an Schaden. Gleich ein bisschen zu viel. Und bei mir ruckelt's noch sehr, weil ich muss ja noch nebenbei das Update runterladen. Zum Teil. Ihr solltet sofort zu einem Heim. Ja, ich weiß. Ja, ja. Ich. Ja, ja, ja. Sehr schön. Der ist schon, vor Folgen von Gegnern, ist da schon ziemlich effektiv hier. Ja, der kann ja nach vorne hechten und all den Shit. Ach, wir haben jetzt die Spinnen. Ja. Jetzt kommt hier die große Rache. Ah, die kommen von hinten. Ah, cool. Da kommen sie ja. Vielleicht können wir da mit den Kleiner kriegen. Dann kriegen wir ihn klein, den Kleiner. Ja. Die Netzweber wurden freigesetzt. Aha. Ich schwöre nur an. Ah. Schade. Ein Ulti. Das nutze ich doch mal. Wupp. Ah ja, ich hab da auch. Und das war's mit meinem Ulti. Der arme Koloss. Der hat euch gar nichts getan. Überhaupt nichts. Ah, ich hab ja Mehl-Tamen auch für uns auch. Okay. Und was machst du damit? Na hier, da wär's doch hier übelst fett und groß. Ach so, du wirst übelst fett. Ja. Das kann ich auch. Oh, die haben gleich wieder die Spinnen. Oh, halt. Vielleicht können wir die, wo gibt man die denn ab? Vielleicht können wir den da irgendwie auflauern. Na, die kommen erst wieder, oder? Ach nee, die haben schon wieder. Jetzt ist es zu spät. Shit. Da kommen sie. Auf allen Lanes. Oha. Oh, oh. Oh, hier drinnen. Ich bin da. Ich bin da. Ach so, Mittellin ist schon vorbei. Okay. Ist das alles? Aua. Ich teleportiere mich mal zurück. Ah, will hier Hilfe schreiben? Jo. Ich bin auf dem Weg. Oh Gott. Oh nein. So, ich hab jetzt elf Stück. Okay. Wie warst du? Ich auch. Okay. Okay. Na, da können wir jetzt so abgeben. Ach, die brauchen jetzt 60. Das erhöht sich immer. Ah. Ja. Wo, wo gibt man das ab? Da. Okay. Tra-la-la-la-la-la-la. 14. Wir haben, wieso haben die wieder so viel? Ich hab doch gerade erst ihre Spinnen gehabt. Meine Güte. Oh, oh. Es ist an mir zu handeln. Hi. Komm her. Ich hab ein neues Talent. Uh. So schnell geht das. Aber wir müssen ganz schön aufholen. So, ich geb jetzt mal meine zwölf Stück ab. Jo. Sehr gut. Ich dann noch meine zwei, dann haben wir's. So. Sehr schön. Vielleicht können wir hier auf der Lane ein bisschen pushen. Jo. Das müssen wir auch. Wir holen hier unten mal das Queep Camp noch dazu. Okay. Okay. Das ist seltener Lager. Ach, das geht gar nicht, wenn die Spinnen aktiv sind. Ach, das geht gar nicht, wenn die Spinnen aktiv sind. Ach so. Da sind die einige. Da kam sie aber fix. Und kloppen. Und das Tolle ist, während die Spinne hier alles kaputt macht, die macht ja auch die Spinnen kaputt. Und dann droppen die noch mehr Gems. Und dann kann man so gesehen wieder für gleich neu sammeln. Schneller als die anderen. Ah, cool. Ah, der Coole. Ja. Super pushen. Jetzt müssen wir nur da drankommen. An die ganzen Gems hier. So. Aua. Zack, zack. Na also. Geht doch. Es löpft. Die pushen in der Mitte und wir drücken alle beiden Lanes ein. Uh, die sind, uh, da müssen wir uns beilen. Ja. Ach, die greifen keine Gebäude an. Schade. Doch. Haha. Oh, das gibt gleich wieder Gems. So viele Spinnen sind hier. Oh, oh. Los, nicht sterben. Hide, stirb nicht. Mühe los. Aber jetzt. Los. Drauf. Eh. Mehr. Ja. Schön. So, ich geh mal spenden, bevor ich hier sterbe. Ja, machen wir. Puh. Es sind zwölf. Ich hab noch sieben. Ja, mach erstmal die Spinnen. Dann hast du gleich wieder genug. Ja, Mensch, was machen denn unsere Teamkollegen? Die seh ich gar nicht. Ach, die sind alle tot. Okay. Okay. Und, tschüss. Tüüü. Och, der kommt ja mit. Der soll doch eigentlich da drüben weiterkämpfen. Mann. So, geh mal den ganzen Kladderadatsch ab hier. Was hab ich? Blöder Gohlem. So. So, wie sieht's hier aus? Ja, schon kommen wir. Okay. Und. Sehr schön. Schön fix. Das war gut. Dralalalalala. Die brauchen nur noch ein Game. Okay. Heißt, die werden gleich wieder mit ihren Spinnen ankommen. Ihr seid zu spät. Da müssen wir uns beeilen. Oh je. Oh, au, 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 au. Das ist wie Wobel. Na, komm, komm, komm. Oh, au, 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 au. Mami weg. Gewe, weg, 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 weg. So. Oh, hier ist er noch einer. Nee. Muss mal zurück. Ja, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Und. Oh. 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 spinner ich will schützen naja haben wir uns im sack war ja hoffen das kommt auch hier der fette golem sehr schön das böse rückt näher kann ich ein neues gelege spinnen bringt mir die juwelen machen wir ist wie anti-mage hier einmal wisch wisch ja agil ja kollege endlich sieben stück hier 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 oh Konzentriert euch auf diesen Helden. Ich fliege. Oha. Ja. Zack, 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 bäm, bäm. Zack, zack, bäm, bäm. Und schau. Jawoll. Sehr schön. Yeah. Die erste Runde mit der Spinnenkönigin. Ein Erfolg. Sieg. Ich hab bloß fünf Kills. Was? Wie kann das sein? Ah, okay. Neue Stufe. Yay. Glückwunsch. Also Illidan hat eine neue Stufe. Ach so, dann Glückwunsch Illidan. Ja. Also dann, bis zur nächsten Runde. Tschüss. Bei einem anderen Möp. Wiedersehen. Tschüss. Sheik. 我們철 Dudley. Die erste Runde. Sund活 sich runter. Undback. Was dann wieder zu der nächsten Runde. Undlia Policy. Und hinterf Kurz.